Rate mal, was heute online erscheint. Was? Wo bist du? Hier. Das bin ich. Hier bin ich. Paul. Ich steh einfach voll... Yes! ...auf Schuhe. Yes! Und das ist mein bester Freund. Toni steh eher so auf... Na ja. Und gestern haben wir meine App... Paul, ich liebe dich! ...an diesen Typen verkauft. Alles ist weg. Alles in meine Möbel, meine Wertsachen. Aussie! 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 Yep. Hier haben wir euch nochmal die Regeln aufgeschrieben. Ey, du hättest keinen Tag ohne deinen Scheiß raus. Oh, 100 Tage. Ich hasse nicht mehr aus. Nehmt der Tag denn gar kein Ende? Es ist Viertel vor neun. Jeden Tag um Mitternacht dürft ihr euch eine Sache zurückholen. Alter! Ihr macht was? Das ist ne Wette. 100 Tage ohne Konsum. Seid ihr so Ökostreusel? So ne richtige Frau, eine mit Charakter, die kriegst du gar nicht, weil die riechen 100 Meter gegen Wind, das mit dir was nicht stimmt. Hallo? Äh, ich würde nur ungern das Stadion überspringen, wo du noch ne Hose trägst. Du kannst einfach nicht allein sein. Hallo, Dana. Paul, ich hab dich vermisst. Aber wenn ich Sachen kaufe, um glücklich zu werden, was heißt denn das dann im Umkehrschluss? Dass du nicht glücklich bist. Ich will, dass es endlich zugeht! Ich weiß nicht was! Wo warst du denn? Was war denn so wichtig? Ronny, das mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen. So, der muss leider auch mit. So, der muss leider auch mit den Regeln, das muss man ja nicht so penibel sehen.